Und jetzt eine einzige Zeitlinie. Was diese enthält, das ist das Geheimnis. Diese eine Zeitlinie, auf der wir uns befinden, enthält so viele verschiedene Welten und sie ist so konzipiert, dass sie vorübergehend, das ist das wichtigste Wort, das ich aussprechen kann, all diese verschiedenen Welten vorübergehend festhält. Es ist fast wie eine Inkubationsstation, denn all diese verschiedenen Welten inkubieren gerade, um den nächsten Schritt zu tun. Und der nächste Schritt von hier aus ist der Aufstieg. Das ist der Moment des großen Sonnenblitzes. Der Moment, in dem die Sonne unseren Körper mitteilt, dass es an der Zeit ist. Es ist jetzt an der Zeit, diese Zeitlinie in einen kohärenten, energetischen Ausdruck zu bringen. Was bedeutet, dass wir uns in eine Zeitlinie bewegen, die nur eine Frequenz enthalten wird.